Im Prinzip alle Auszubildenden, lediglich für Umschüler, besteht keine Pflicht, es sei denn, der Umschulungsbetrieb verlangt es und es ist vertraglich vereinbart. Das Führen des Berichtshefts ist gesetzlich vorgeschrieben und gehört zu deinen vertraglichen Pflichten. Außerdem ist ein ordnungsgemäß geführtes Berichtsheft Zulassungsvoraussetzung zur Abschlussprüfung, das heißt ohne Berichtsheft gibt es auch keine Abschlussprüfung. Dein Ausbildungsbetrieb muss dir die Gelegenheit geben, das Berichtsheft während der Ausbildungszeit in Betrieb zu schreiben. Wenn es dir lieber ist, kannst du es natürlich auch in deiner Freizeit zu Hause führen. Der zeitliche Aufwand ist nicht besonders groß. In der Regel reichen fünf bis zehn Minuten, wenn du einen täglichen Ausbildungsnachweis führst. 20 bis 30 Minuten sind ausreichend, wenn du ein wöchentliches Berichtsheft führst. Das Berichtsheft nutzt in erster Linie dir, wenn du es regelmäßig und richtig führst. Es bietet dir nämlich die Gelegenheit, das Gelernte nachzuvollziehen, zu wiederholen und betriebliche Zusammenhänge zu erkennen. Mit jedem Ausbildungsnachweis, den du schreibst, hast du die Gelegenheit zu überprüfen, ob du das Gelernte verstanden hast oder nicht. Und außerdem ist es ein prima Nachschlagewerk zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. Außerdem erfüllt das Berichtsheft für deinen Ausbilder eine ganz wichtige Steuerungs- und Kontrollfunktion und es hilft ihnen, den Überblick zu behalten über deine Ausbildung. Für die Ausbildungsberater und Prüfer der IHK ist dein Berichtsheft ebenfalls ein wichtiges Dokument. Wir haben so die Möglichkeit, uns einen schnellen und einfachen Überblick über deine Ausbildung zu verschaffen und können so feststellen, ob du auch ordnungsgemäß ausgebildet wurdest und das Ausbildungsziel erreicht hast. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du das Berichtsheft wahrheitsgemäß führst, denn nur so können wir feststellen, ob dein Betrieb dich auch gut ausgebildet hat. Das Berichtsheft wird nicht benotet, aber du gibst damit spätestens am Tag deiner Abschlussprüfung eine Art Visitenkarte von dir und deinem Ausbildungsbetrieb ab, die einfließt in den Gesamteindruck, den der Prüfungsausschuss von dir hat. Das heißt, dein Berichtsheft kann diesen Gesamteindruck zumindest indirekt entweder positiv oder negativ abrunden.